Moinsen Freunde, ich bin Denosch. Ich seh zwar nicht mehr aus, aber ich bin der Hamster in seinen Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Haha, zieht euch rein. Moinsen Freunde, Denosch wieder für euch am Start. Haha, hier mit neuem Video. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr es geschafft habt, bei mir vorbeizuschauen. Und heute, ja, der Trafalgar Lore am Start für euch, Freunde. Ihr habt es ja schon gesehen. Ja, viele haben sich dieses Emblem gewünscht und ja, letztens sollte er eigentlich an die Reihe kommen, aber irgendwie habe ich da die Reihenfolge durcheinander gebracht und er hatte vorab ein Dragon Ball Emblem am Start gebracht und deswegen kommt er jetzt etwas verspätet. Der sollte eigentlich ein bisschen her rausgehauen werden und ja, wie gesagt, Freunde, kommentieren, teilen, liken, nicht vergessen, so als Dankeschön. Wäre das mal ganz nett, so für meine Mühe. Wisst ihr Bescheid, wer sich meine. Ja, natürlich auch Kritiken, wenn ihr die am Stissel habt und so. Alles unten reintackern und ja, ich frage euch jetzt am besten mal, was wünscht ihr euch als nächstes? Dragon Ball oder One Piece oder mal was ganz anderes? Ich schreibe es unten in die Kommentare und ihr liked dann eins von den drei Kommentaren und ja, dann werden wir mal sehen, ob wir da irgendwie was am Start bekommen. Natürlich sollte ich auch wieder Kommentare unten in die Kommentare reinhauen und Vorschläge machen und ja, eure Gedankenerküsse mir mitteilen, Freunde und alles rausknallen, was so am Start ist. Ja, schaut doch nochmal bei meinem YouTuber-Raten-Video vorbei, Freunde. Vielleicht kann der eine oder andere da auch mal ein bisschen mitmachen oder einen neuen Kanal kennenlernen, Freunde. Dafür kann man das Ganze ja auch nutzen. Ja, lasst mich wieder wissen, was ihr so davon haltet. Ich bin erstmal raus. Euer Denno Spieß, Freunde. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.